So, schönes Lied über jemanden, der ganz berühmt war, schon lange tot ist und ein ganz starker Mann gewesen. Ich will den Namen nicht verraten. Ich fang einfach mal an. Er war bekannt bei Hitz und Kunst, vor allen Dingen aber nur bei Hitz. Und am meisten bekannt war er bei seiner Frau. Er kannte sie aus dem Flur. Denn damals gab es noch kleine Schlafzimmer. Es gab nur eine Küche und ein Flur, das war alles. Die Menschen wohnten auch in Höhlen, so wie hier in Hannover. Hannover ist ja unterhöht. Hier in Hannover ist es schön, man kann sich unterirdisch tätowieren lassen. Eines Tages stand der Mann, über den ich rede, sogar in der Zeitung. Doch es gab noch keine Zeitung. Die Zeitung war damals anders. Es waren Leute, die ihm einfach Sachen weitererzählt haben. Es waren Fäckchen. Herkules war ein starker Mann. Herkules war ein starker Mann. Herkules war gar nicht dumm. Herkules hatte eine Frau. Herkules, die alte Sau. Herkules, lalalala. Herkules, na, na, na. Hey! Da habt ihr ihn erkannt. Das war der, der eben sagte, guck ich bin ganz selten, nein, nein, nein. Die Rolle passte auf ihn. Er sieht gut aus. Eines Tages wollte Herkules mal zum Friseur. Doch der Friseur hatte keine Zeit. Dann nahm er den Friseur und steckte ihn und angespitzt in die Erde. Er war sauer. Er wollte eine schöne Frisur. Doch er bekam sie nicht. Herkules war ein sauer Mann. Herkules, Mann ohne Frisur. Herkules. Sie können uns beruhigen, meine Damen und Herren. Diese Gewichte sind ganz leicht. Er hat das selber gemacht, aus Styropor. Sarsik Leitmann, sehr gute Arbeit. Sehr schöne Bassarbeit. Das ist der Hannover. Mach mal Gitarrensolo. Das ist der Hannover. Das war's. Herkules! Da kommt er wieder! Sie haben nichts für ihn gerechnet! Herkules! 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 Ah, jetzt ist sie schon wieder offen. Die nächste Geschichte. Ja, da muss man erst mal den Mut haben, so Sachen anzuziehen, wenn man so eine Plauze hat.